Da hast du Fische, die so eine Wegstrecke zurückgehen, wo sie in die Welt kommen. Das sieht nur so aus. Und dann frott die Hände, wo sie zurück für neue Eier sind. Das ist noch schmutzig, ja. Hier kommt man jetzt gleich her. Das ist ein Wälderrad. Da hast du nochmal neue Zucht aufzubringen. Das ist ein Wälderrad. Die gehen auch besser. Ich geh auf 1000 km. Ich komme nochmal zurück. Das, wenn die so Wandert sind, wird nur auf einem Herz nicht. Da muss die auf der ganzen Welt der Exkursion geben, dass die alle reine schlappeln. Das verstehe ich nicht. Das ist ja eine Kloppe. Guck mal, Atombombein. Das gibt schon der Nicole, oder dein Patti, der legt das in die Schüssel. Guck mal, dein Patti steht hier dran. Das Patti legt das in die Schüssel. Dankeschön. Hanna, machst du mir noch ein Patsauge? Herrlich. Patsauge? Ja, Patsauge. Du bist so Goldschmerz. Ist das zauber? Jetzt hat die wieder. Dankeschön. Oma, das macht die Hanna aber ganz toll. Das ist richtig trocken, das Geschirr. Nee, brauchst du nicht. Das kann ich hier ziehen. Danke, mein Engel. Sehr gut wie bei den Patti. Sag, wenn ich mache was, der Abt nimmt da irgendwas dabei. Dann ist irgendwas weg. Dann wird die ganzen Schüssel und anders dabei laufen. Das ist wichtig. Nimmst du auch am Anfang an, dass du das viel willst. Zülpust? Ja. War voll nicht zu fahren. Doch, Mann. Du bist da, wie kennst du, oder? Ja, ich kennst du. Rammel. Ja, ich kennst du. Hä? Machst du eure Rotznäß. Soll die Patti die Nase putzen? Oh, wieder Rotznäß. Kitzelt. Kitzelt. Kitzelt immer noch. Immer noch. Zu meiner Bauernpapiere. Ja, das ist es ja. Ja, so ist das auch die Geschichte. So ist das auch ihr mit den Schauen. Oh Gott. Ich habe schon erfahren, dass ich in der Situation bin, das gibt es immer noch. Ja. Und ich dann mit jemandem außen stehen, das erzählt wird. So und so sich die Jahre außen. Das gibt es immer noch. Das ist ja besser, weil das bin ja ich.